So, Shop Updates. Neues Paket. Also die sind jetzt in einem Paket drin. Das lohnt sich doch schon mal. Und hat der auch einen Stil? Ne. Farb Bomber. Farb Kanonier. Ok. Regenbogenwucht. Bankballon. Ach die Jüder. Wenn die Jüder an. Du. 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 Das war's. Ach, der Insel ist noch mal. Habe ich noch vergessen gehabt? Eine Waffenexpertin ist da zurück. Auch lange nicht mehr drin gewesen, anscheinend. Die Spitzwecke braucht aber auch mal einen neuen Stil. Wo bleibt denn die Eis- und dunkle Varianten? Alles sollte klar sein, die bleiben jetzt noch ein bisschen drin. Ich denke mal bis Freitag bleiben die drin. So warte ich auf die Ankündigung. Kann sein, dass da vielleicht noch was zukommt. Aber nur vielleicht. Oder es sei denn, wir haben schon alles gesehen. Nein. Behind Sting. Ei. 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 Bis zum nächsten Mal.